Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Besonders sensibel reagieren die Mütter und Väter, wenn es um Gesundheit von ihrem Liebling geht. Die Sicherheit bei der Ernährung bedeutet ihnen viel, und das mit Recht. Nicht nur der Gesetzgeber erlaubt für Babynahrung besonders strenge Vorschriften, auch GOP ist kritisch bei der Auswahl und führt nur die besten Produkte im Sortiment. Nicht umsonst kaufen immer mehr junge Eltern, Kindernahrung bei GOP. Weil die Lebensmittel aber nur so gut sein können, wie die Umwelt, wo sie herkommt, setzt man bei Galactina konsequent auf den biologischen Anbau. Der Galactina Bio-Gemüsteller zum Beispiel gibt durch einfaches Anrühren feine, gehaltreiche Mahlzeiten für Säuglinge und Kleinkinder. Sämtliches Gemüse ist aus rein biologischem Anbau mit Knospengarantie kontrolliert von der Vereinigung der Schweizerischen Biolandbauorganisationen VSBLO. Auch die Milch im Humana 3 Plus stammt ausschliesslich von Bio-Bauerenhöfen, die von der VSBLO kontrolliert werden. Die Milchkühe werden artgerecht gehalten und können regelmässig weiden gehen. Und das Futter ist ausserdem auf einem eigenen Betrieb biologisch angebaut worden. Gesunde Babynahrung serviert Galactina aber auch im Glas. Die Erfahrung und die Qualitätssicherung garantieren, dass Babys und Kleinkinder gesund ernährt werden. Auch bei diesen herrlichen Gläsli-Mahlzeiten ist der biologische Anbau eine zusätzliche Galactina-Qualitätsleistung. Ebenfalls in den Kotbläden vertreten ist Nestle, ein weiterer Spezialist in der Kindernahrung. Muttermilch ist sicher die ideale Nahrung für das Baby. Nach der Stillzeit oder wenn die Milch etwas knapp ist, empfiehlt Nestle eine Folgemilch wie Beba 2. Für Mütter, die Kuhmilch bevorzugen, gibt es eine bewährte Alternative, Lacto Plus. Kuhmilch ist zwar die ausgewogene Ernährung für das Kälbchen, das Kind braucht aber zusätzlich ein paar unämpeerliche Zutaten in seiner Milch, wie Eisen, Linolsäure und Vitamine. Lacto Plus von Nestle macht aus der Kuhmilch eine vollwertige, ausgewogene Nahrung. Leicht verdaulich und gut sättigend, damit die kleinen Babys körperlich und geistig harmonisch wachsen können. Schon seit dem Jahrhundertwende bekannt und beliebt sind die Kindernährmittel von Wander, alles reine Schweizer Produkte. Bei besonders langgestillten Kindern ist Adapta 2 die ideale, gut sättigende Anfangsmilch beim Abstillen. Lacto Veguva ist eine sehr bewährte und beliebte Folgemilch, die seit Generationen von Eltern und Kindern geschätzt wird. Nach dem sechsten Monat bis ins Schulalter hat sich Seralino zum Lieblingsgetränk entwickelt. Es ist ein Vollkorngetränk mit Ofenmaltine. Warm oder kalt angerührt, riecht es nicht nur herrlich. Mit seinen Nähr- und Vitalstoffen macht es aus der Milch eine hochwertige Mahlzeit. Auch bei der Babynahrung muss die Ökologie nicht zurückstehen, sagt man sich bei Wanderer, und hat beim Seralino auf einen umweltschonenden Öko-Beutel umgestellt. Auch um gesunde Ernährung, diesmal aber für die Grossen, geht es im nächsten Beitrag. Neu und exklusiv bei GOP gibt es jetzt nämlich Tours du Marché, die neuen Gerichte, die speziell für Geniesser komponiert wurden. Tours du Marché ist eine Fertigprodukte-Linie aus natürlichen und frischen Rohwaren, die Nährwert und Aroma schonend unter Vakuum zubereitet und pasteurisiert werden. Die Zubereitung zu Hause ist denkbar einfach. Es braucht nicht mehr als ein paar Minuten und sie selber entscheiden, ob sie dazu das Wasserbad, die Pfanne oder das Mikrowellengerät bevorzugen. So gut die Tours du Marché-Produkte auch sind, auch mir ist klar, dass sie zu Hause nicht jeden Tag zu einem Fertigprodukt greifen möchten. Darum auch heute wieder einen ganz anderen Vorschlag aus unserer Studioküche. Heute möchte ich Ihnen Hackfleisch mal ganz anders in Form von einem Strudel schmackhaft machen. Eine mittlere Zwiebel und eine Knobelichzehe habe ich schon fein gehackt. Dazu eine gelbe Peperoni in feine Streifen geschnitten und eine Tomate fein gewürfelt. Das Hackfleisch in einem Löffel Erdnussöl abbraten, das Gemüse und der Peterli dazugeben und mittämpfen. Anschliessend alles ein bisschen abkühlen. Dann mit Pfeffer, Salz und Paprika würzen und einen Löffel Ketchup und der Kribne Käse beinfügen. Jetzt die Füllung auf dem Teig verteilen, die Ränder mit Ei bestreichen und den Strudel den Längsweg aufrollen. Dann den Strudel mit dem restlichen Ei bestreichen, mit der Gappel ein paar Mal einstechen und im vorgeheizten Ofen ca. 40 Minuten backen. Am besten servieren Sie den Hackfleischstrudel noch warm, zusammen mit einem Salat. Auch das Rezept finden Sie in vielen Tageszeitungen und in der Coop-Zeitung. Schauen Sie einfach bei den Aktionen nach. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Vergnügen. Bei diesen Aktionen gibt es unter anderem auch Galliamelone für nur 1,70 Euro und 5 Doblerone für nur 5,75 Euro. Drei packige Fixeswindeln Ultra 3 in der grössenden Midi bis Junior kommen Sie über für nur 48 Franken. Und ein Herrenpolo-Hämpel für nur 15 Franken. Und da unser Go-Preisabschlag. Ein Kilo Goldstarr Vanille-Rahmglassen kostet von jetzt an nur noch 7,30 Euro. Das Menü unter 10 Franken ist diese Woche ein Kalbsvienenschnitzel mit Pommes frites und Blumenkohl für nur 9,90 Euro. Ja, und das wäre es schon wieder gewesen für heute. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.